Hallo und herzlich willkommen zum Video vom Automagazin Tuning Blog. Heute dreht sich alles um den neuen Lamborghini Temerario, den spannenden Nachfolger des Huracan. Hier sind die wichtigsten Fakten, die ihr über den Jungstier wissen müsst. Hybrid Power. Der Temerario kombiniert einen brandneuen 4,0 Liter V8-Biturbo-Motor mit drei Elektromotoren. Zusammen ergibt das beeindruckende 920 PS und ein maximales Drehmoment von 900 Newtonmetern. Atemberaubende Leistung. In nur 2,7 Sekunden sprintet der Temerario von 0 auf 100 kmh. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 343 kmh. Innovativer Antriebsstrang. Mit Plug-in-Hybrid-Technologie und einer 3,8 kWh-Batterie ist der Temerario technisch auf dem neuesten Stand, auch wenn die rein elektrische Reichweite minimal bleibt. Design, das auffällt. Typisch Lamborghini, scharfe Linien, sechseckige Lichtsignaturen und eine dramatische Heckpartie mit sichtbar breiten Reifen und hochpositionierten Endrohren. Luxuriöser Innenraum. Vollgepackt mit Carbon, Leder und drei Bildschirmen, darunter ein neues Beifahrerdisplay. Alles ist auf Performance und Komfort ausgelegt. Preislich exklusiv? Ein offizieller Preis fehlt zwar, aber Experten schätzen etwa 250.000 bis 300.000 Euro. War das Video zum Lamborghini Temerario informativ? Dann lass bitte ein Abo da. Zeit, der Proteststellung darunter vor. Bis zum nächsten Mal.